Danke, dass du Zeit mit meinen Freundinnen verbringst. Ich bitte dich, wir sind ein Paar, da kann ich mich auch mit deinen Freundinnen unterhalten. Der Parkservice kommt und ich so, hey, das ist aber voll nicht mein Auto und dann war's doch total meins. Genau das ist mir auch passiert. Mir auch. Autos fahren schnell. Ach ja, ist ja wirklich verrückt. Na, wenn das mal nicht komisch ist. Ja? Was? Jetzt sag schon, was ist denn, wenn das mal nicht komisch ist? Nichts, das ist nur eine Redensart. Eine was? Ich mein ja nur, ich hab auch schon viel dummes Zeug gemacht, wie, äh, oh einmal, da hab ich bei einem Juristenkongress einen Vortrag über das Bundesrichteramt gehalten und ohne es zu merken, hab ich einmal statt Bundesrichter Bundesminister gesagt. Oh Gott, ich mein, sowas Blödes. Muss von euch auch jemand für kleine Mädchen? Ich hab neuen Lipgloss. Ja, die Lipgloss reiht sich auf Haar.